Da hab ich nämlich 10 verschiedene Stimmen eingesungen, auch so WOOOOOAH Aber ein Witz, voll geil So mit Opern und auch die weiblichen so WOOOOOAH Geil, oder? Kann man alles hören Kann man alles hören auf dem Album Die Rising, auch zur Nacht jetzt Ich mein voller Ernst, Freunde Achso, ja, geschrieben hab ich den, das kann ich euch auch verraten mit dem Sänger von den Mighty Oaks WOOOOOAH WOOOOOAH Meißer Typ, oder? Ja Ich hab da auch ne Handynummer, also Wirst du nur das Album kaufen Ja, mit dem Ian Hooper, guter Typ Und das ist jetzt schon etwas über ein Jahr her Oh, I found a way now Take it all away, take it all away, take it all away now I'll find a way to give back to you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020